Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face Love für euch und zwar habe ich bei Flaconi bestellt. Und da kam ein kleines Päckchen an. Das ist auch so ein kleines bisschen Unboxing heute. Gleichzeitig habe ich einige Zeitschriften gesehen, wo gratis Love Produkte mit drin waren. Und ihr Lieben, am Ende gibt es dann auch noch eine kleine Verlosung für euch. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, hier habe ich ein paar Produkte drin, sagen wir ein paar. Also im Prinzip war es eigentlich so, ich hatte ziemlich viel von Love hier und nur das ein oder andere fehlte mir noch. Und da habe ich mir gedacht, komm jetzt holst du dir den Rest und machst du mal ein ganzes Full Face mit euch zusammen. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was dann am Ende dabei rumkommt. Ich musste mich sowieso heute schminken, weil ich so einen kleinen Videomarathon vor mir habe. Ich wollte das ein oder andere Video für euch drehen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal mit und dann machen wir das mal gemeinsam. So, anfangen werden wir natürlich mit einem Primer. Hier habe ich den Perfectitude Hyaluronic Serum Primer. Den habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal mit euch zusammen bei meinem Weihnachtsmakeup verwendet. Da gebe ich mir zwei Pumpstöße hier auf meine Hand, auf meine Finger, verreibe das und gebe das dann direkt in mein Gesicht. Ich habe vorher eine Feuchtigkeitscreme verwendet, eine Augencreme, Gesichtserum. Also da habe ich im Prinzip alles gemacht, was ich in meiner Morgenroutine mache, was ich euch hier oben mal verlinke. Das habe ich mit euch zusammen auch Weihnachten gemacht. Da habe ich euch ja auch einmal mitgenommen, wo ich ein sehr dezentes Make-up gespünkt habe. Ist das geil zu reden, wenn man sich die ganze Zeit am Mund packt, ne? Ja, also das ist ein Primer, der super, super schön einzieht. Also das ist wie Wasser, wirklich richtig cool. Der macht einen Glow, der macht, dass er die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich habe mir jetzt noch einen Pumpstoß gegeben und gebe mir das auf den Hals, weil das ist einfach auch nochmal wie so ein bisschen Feuchtigkeit für den Hals. Sonst ist es, ich bin ja 29, da ist man eigentlich immer der Jüngste, da hat man dann auch irgendwann mal Falten am Hals. Irgendwann mal. Ich finde, der Hals ist so ein bisschen immer der Indikator fürs Alter. Der muss auch gar nicht lange einziehen. Also das geht ruckzuck und dann kann man schon ziemlich direkt hinterher die Foundation auftragen. Gut, Pinsel und so weiter habe ich jetzt nicht unbedingt von Love. Da verwende ich hier mein Real Techniques Make-up-Schwämmchen. Der ist schon riesig geworden, weil ich habe da eben ordentlich Wasser dran gemacht und ich wundere mich jedes Mal, wie riesig der dann immer wird. Ich habe mir diese Foundation besorgt. Ich weiß nicht, ob das meine Farbe ist. Sand Perfect Nummer 035. Mal gucken. Even Elixir Serum Foundation. Evens and Protects, Covers Imperfections, Unveils Radiance. Mit Sonnenstutzfaktor 20. Schütteln wir das Moped mal durch. Und wie ihr seht, ich habe hier so zwei Freunde, die sich Weihnachten eingenesselt haben, weil ich zu viel leckere Sachen gegessen habe. Und ja, die werde ich dann nachher mit dem Concealer schön abdecken dürfen. So, hier kommt das Produkt. Sieht ein bisschen dunkel aus, ne? Ja, es ist eine sehr, sehr flüssige Foundation, die in so einer Pipette daherkommt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube man muss draufdrücken, da muss man reingehen, Produkt aufnehmen und dann hat man ein Produkt in der Pipette. Mal gucken. Und dann muss man sich das auf den Handrücken geben und dann geht die Potty ab. Oh ja, schön flüssig. Sowas finde ich angenehm. Das spricht dann für eine leichte Foundation. Dann gehe ich mit meinem Schwäppchen, nehme das Produkt ein bisschen auf und gebe das auf mein Gesicht. Ja, die Farbe geht wohl ein bisschen dunkel, aber was soll's. Vorsichtshalber nehme ich mir aber nochmal ein Spiegelchen. Den habe ich ja von der lieben Fiona geschenkt bekommen damals. Ich sag's immer wieder, ganz liebe Grüße, Schatz. Also wie ihr seht, das ist eine sehr, sehr leichte Foundation. Die hat eine ganz leichte Deckkraft, was sich dann aber auch super eignet als Alltags-Make-up. Das finde ich auch ganz angenehm. Und die Farbe finde ich wirklich passend. Also dafür, dass ich das online bei Flaconie bestellt habe und nur so... Ich weiß nicht, wie macht ihr das, wenn ihr online Foundation bestellt? Ich halte halt immer so meine Hand neben dem Bildschirm. Läuft. Wenn man die halt noch nie vorher hatte. Ich habe die auch im Laden mir noch nie so genau angeguckt, aber ich wollte halt unbedingt mit euch jetzt heute ein Fullface machen. Deswegen. So. Ein Pumper hat nicht ausgereicht. Das ist jetzt mit den nassen Händen ein bisschen blöd. Gehe ich nochmal rein. Das macht mir eigentlich Spaß. Das hat schon so ein bisschen was Technisches. Sowas bereitet mir aber dann auch mal Freude, wenn man das ein bisschen anders mal macht beim Schminken. So. Nochmal so ein Pumper. Und dann wieder mit dem Schwämmchen rein. Die ist sehr, sehr leicht. Das ist auch sehr, sehr schön. Also das passt mit dem Primer ganz gut. Das ist wie Wasser. Sehr angenehm auf der Haut. Ja, ein bisschen zu dunkel ist die. Aber ich denke, für den Sommer wäre die zum Beispiel perfekt, wenn du im Sommer halt nur so eine ganz, ganz leichte Foundation haben möchtest. Was ich vor allem im Sommer immer sehr wichtig finde. Das fühlt sich an, als hättest du gar nichts auf der Haut. Das ist so angenehm. Ich denke, dass ich mir die Foundation auf jeden Fall nochmal in einem anderen Farbtonen holen werde. Weil ich die Foundation an sich schön finde. Aber halt ein bisschen dunkel jetzt. So. Also hier könnt ihr das auch nochmal von nahem sehen. Die Foundation ist so sanft auf der Haut. Also das ist wirklich angenehm. Wie gesagt, eine andere Farbe wäre ganz gut gewesen. Aber an sich gefällt mir die richtig gut. Also vom Auftrag her, von der Deckkraft her. Ich mag das nicht, wenn das so richtig Full Coverage ist. Das brauche ich gar nicht. Sieht dann für mich auch zu unnatürlich aus. Es passt nicht so ganz. Aber die gefällt mir. Ja. Weiter geht's mit dem Concealer. Und da habe ich geholt den Love Effect Full Concealer Pen Radiance Booster. So sieht das Produkt aus. Und das ist die Farbe 015 Wake Up Peach. Der ist hier oben zum Pumpen. Und ich habe das gestern einfach ausprobiert, weil ich den ausgepackt habe und den so niedlich fand. Du hast hier auf der Seite einfach so ein Schwämmchen. Wie auch bei dem Löscher oder so. Und das ist ein sehr, sehr weiches, angenehmes Schwämmchen. Aber ich habe ungefähr 100 Jahre gebraucht. Also garantiert, ohne Sch, ohne Sch, ungelogen, habe ich tatsächlich 5 Minuten gebraucht, bis da überhaupt Farbe rauskam. Ganz, ganz im Ernst. Wirklich, 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 ganz im Ernst. Also ich habe mich echt gewundert. Ich habe gedacht, hä, was zur Hölle? Da muss doch irgendwie Produkt rauskommen. Naja. So, drücken wir hinten nochmal drauf und hoffen, dass da jetzt auch Produkt rauskommt. So. Das verteile ich mir unter den Augen. Auch der hat wirklich nur eine leichte Deckkraft. So, jetzt haben wir wieder unser Indiana Face. Und dann nehme ich meinen nicht mehr ganz so sauberen Beauty Blender und verblende das. Ist gar kein Beauty Blender. Ist ein Make-Up-Schwämmchen von Real Techniques. Also der Concealer hat wirklich eine extrem leichte Deckkraft. Finde ich aber wirklich gut. Ne. Also das gefällt mir und das fühlt sich auch schön an. Das fühlt sich auch so an, als würde der Concealer auch ein Stück weit Feuchtigkeit spenden. Also meine Haut fühlt sich überhaupt nicht, kein Stück Cakey oder sonst was an. Das fühlt sich auch nicht so an, als hätte ich jetzt eine Schicht Make-Up auf dem Gesicht. Das fühlt sich einfach angenehm, leicht an, als hätte ich mein Gesicht gerade eingecremen. Wirklich toll. Als Puder habe ich hier eine sehr interessante Geschichte. Und zwar ist das auch aus dieser Perfectitude-Reihe. Shine Control Loose Powder. Und das ist in der Reise größer. Da habe ich mir das etwas kleinere bestellt. Hat das eine Farbe? Nö, ich glaube nicht. Doch. 010 Fresh Matte. So sieht das Schätzchen aus. Das ist ein bisschen rosastichig. Und erst habe ich das hier aufgeschraubt und mich gefragt so, hey, wie soll das denn funktionieren? Da ist doch einfach nur Puder. Bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin, dass man nur hier oben es abnehmen muss. Und hier oben hast du so ein Schwämmchen. Ja, ich bin mal ganz gespannt, wie ich das jetzt auf mein Gesicht kriege. Du hast hier so Löcher drin. Da habe ich die Folie schon abgenommen. Und ich glaube, dass ich mir so ein bisschen was dann quasi hier reinbröseln muss. Und dann mit dem kleinen unfassbar, unfassbar sanften Schwämmchen, was ich sehr, sehr angenehm finde. Ich mag ja, wenn was weich ist. Hier reingebe und dann so über mein Gesicht gehe. Mal gucken. So, jetzt habe ich hier Produkt drauf. Und dann gebe ich mir das hier mal unter mein Auge. Es staubt hier ein bisschen. Also wirklich so Baken oder sowas könnte man jetzt hiermit, glaube ich, nicht. Das ist aber nicht schlimm. Ich bin eh nicht so die, die wirklich baked. Und dann tupfe ich mir das einfach mal mit diesem Schwämmchen, weil so ist es ja eigentlich gedacht. So auf die Stellen, wo es drauf soll. Auch das Puder extrem leicht. Sehr, sehr angenehme Textur. Gefällt mir richtig gut. Aber ich muss noch lernen, damit umzugehen, muss ich gestehen. Ich denke, dass ich mir das dann irgendwie separat irgendwo drauf machen werde, um dann da reinzugehen. Weil so ist es irgendwie ein bisschen, komme ich nicht mehr klar. Wahrscheinlich, weil es halt die kleine Größe ist, ist es ein bisschen umständlicher. Dann gehen wir mal über zu den Augenbrauen. Da habe ich in der Zeitschrift drin gehabt. Es ist wahrscheinlich nicht meine Farbe. Browtitude Eyebrowsculpting Cream Long Lasting and Waterproof. In der Farbe 410 Brunette Personality. Ja, ich denke, das wird ein bisschen zu dunkel sein. Aber wir probieren es aus. Ich habe es jetzt da. Ich wollte mir dafür jetzt kein extra Produkt noch kaufen, weil vielleicht passt es ja doch. Und ach, ich weiß es auch nicht. Aber es ist schon sehr dunkel. Muss ich halt vorsichtig mit umgehen. Aber es ist halt noch komplett zu. Deswegen muss ich es erst mal aufmachen. Was mit meinen Fingernägeln ja immer super funktioniert. Aua. So, ausgepackt. Wow, was ist das denn? Das ist so ein Bürstchen. Oh oh, ist das echt so ein Bürstchen? Ich glaube, man muss drehen, ne? Bei sowas muss man doch eigentlich immer drehen. Kommt da was? Ja, wenn ich drehe, kommt da Produkt raus. Da. Mal gucken, wie das funktioniert. Oh mein Gott. Neue Produkte sind ja immer so eine Sache bei mir, ne? Ausprobieren. Vorsichtig sein. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, da zu viel Produkt rauszudrehen und dann nachher so einen Balken dazu haben. Was cool ist, man färbt sich ja quasi nur die Augenbrauen damit ein. Aber ich habe jetzt, glaube ich, schon ein bisschen übertrieben. Also nur die Härchen werden eingefärbt. Das ist eigentlich ganz cool. Eigentlich ist es ganz cool. Ja, also ich denke, dass man das erstmal üben muss, ne? Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich das ausprobiere. Aber im Prinzip finde ich es ganz cool. Ich mache mal eben noch die andere Augenbraue. Ja, also ich finde, die ist mir jetzt ganz gut gelungen. Da habe ich jetzt ein bisschen besser arbeiten können. Ja, hat ganz gut funktioniert. Bei der habe ich jetzt ein bisschen gepatzt, aber das war dann ja auch das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe. Von der Farbe her sieht das zwar ein bisschen dunkler aus, aber ich schmink mir ja gleich noch die Augen. Also die Augen tatsächlich. Und ich denke, dann wird es auch ganz gut aussehen. Also ich finde auf jeden Fall ein cooles Produkt, weil du hast ja direkt dieses, den Spoolie, also das, was quasi aussieht wie eine Mascara-Bürste, mit dem Produkt und kannst dann da direkt das Produkt auftragen. Ich denke, wenn man das ein paar Mal geübt hat, dann geht das auch ein bisschen schneller. Und deswegen gefällt mir das Produkt. Also ich werde mal gucken, ob ich das dann vielleicht doch eher in meiner Farbe kaufen muss. Aber wenn man das halt vorsichtig verwendet, wie ich das bei dieser Augenraue gemacht habe, sieht das gut aus. Jo, bei dem Lidschatten bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Entweder nehme ich hier diese Lidschattenpalette. Das ist die The Rose Copper Eyeshadow Palette, die ich auch in der aktuellen Verlosung für euch drin habe. So sehen die Farben aus. Mega geil. Finde ich richtig schön. Dieses Rote, du hast da auch Glitzertöne mit dabei. Und ich habe alternativ hier noch, die waren auch in Zeitschriften mit dabei, Monolidschatten. Und diese Monolidschatten sind echt der Wahnsinn. Das sind so magnetische. Ich denke, es war so, dass hier unten ein Magnet drin ist, der dann quasi diese Lidschatten-Sachen so hält. Und wenn ich da so mit dem Finger reingehe, die sind schon schön. Das ist sehr, 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 sehr buttrig, als würdest du, keine Ahnung, irgendwie so in etwas sehr Weiches reinfassen. Also ich finde die so vom Feeling her richtig schön. Auf dem Finger, wow, ich denke, auf dem Auge werden die auch richtig geil kommen. Ich denke, dass ich die ganz gut so nachher zum Schattieren nehmen kann. Aber ich werde mit der Rose Copper Eyeshadow Palette arbeiten. Diese Lidschattenpalette hatte ich tatsächlich mal bei The Real Sweet Sunny gewonnen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich verlinke euch hier oben mal den Kanal von ihr. Die hat auch gerade ihre 4000 Abonnenten erreicht und eine ziemlich coole Verlosung am Start. Schaut vorbei. Und eine gute Nachricht, ich habe meine Pinsel gewaschen. Wuhu! Genau, also wir fangen jetzt erstmal an und machen so eine, ja, ne, Foundation, wollte ich schon sagen. So eine Grundlage für das Ganze, eine Base, genau. Und dann nehme ich Daring, 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 heißt so, ne? Das ist ein schöner Ton, der schimmert ein kleines bisschen, ist aber nicht schlimm, ist aber größtenteils matt. Und das ist so ein ganz sanftes Rosa, würde ich sagen. Und der wird erstmal auf dem kompletten Lid verteilt und auch bis oben hin, weil das ja meine Basis ist für alles. Also bei dieser Palette hast du bei allen Farben mindestens einen Mini-Schimmerton mit drin. Also die schimmern alle irgendwo. Aber das ist nicht verkehrt. Ich mag das ganz gerne, dass man auch mal so diesen strahlenden Look auf den Augen hat. Das gefällt mir einfach. So. Dann mache ich mir in die Lidfalte hier ein bisschen höher, weil ich ja entsprechend, ne, Schlupflieder habe, Bolt rein. Das ist dieser kupferfarbene Ton. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum Love nicht so beliebt ist. Also warum das nicht so verwendet wird, wie jetzt andere Marken, sage ich mal. Weil ja, es ist ein bisschen teurer, das stimmt wohl, als jetzt Catrice oder als Essence oder so. Aber du hast eine Qualität bei den Produkten. Das gefällt mir einfach so gut. Und da lohnt es sich manchmal einfach ein paar Euro mehr zu investieren. Und das ist eine Drogerie-Marke, die du wirklich überall findest. Und die man auch wirklich sehr, sehr gut nutzen kann. Die ist super nett in der Anwendung. Also ich finde die jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das finde ich sehr wichtig. Also ich brauche jetzt nicht eine extreme Pigmentierung, weil dann kann ich die Lidschatten auch gar nicht mehr verwenden. Ich brauche nicht ein extrem deckendes Make-up, weil dann sieht man meine Haut nicht mehr. Und ich mag meine Haut. Ich mag meine Sommersprossen. Ich mag auch meine Pickelmale. Ich mag auch, wenn ich hier ein Muttermal habe. Gehört einfach mit dazu. Das bin halt ich. Und ja, deswegen. Also hat definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient, diese Marke. Und ich bin nicht nur durch diesen Produkttest mit dem Primer darauf aufmerksam geworden, sondern auch durch den Sale, den es im Sommer gab mit den 50% auf alles. Dann habe ich mir die Produkte immer näher angeguckt und habe dann halt auch gemerkt, okay, das ist echt eine gute Qualität. Die könnte man sich definitiv mal öfters reinziehen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Also deswegen mache ich heute ja auch mit euch das Full Face. So, ich mache jetzt mal weiter mit der Farbe Brave. Das ist so ein schönes Aubergine-Farben-Gedöns. Übrigens benutze ich die ganze Zeit schon den gleichen Pinsel. Die Nummer 10 von BH Cosmetics. Das ist so ein abgeschreitter, fluffiger Pinsel. Und den gebe ich mir jetzt hier mal so ein bisschen zur Verdichtung auf in mein äußeres Drittel. Ich gehe auch immer nur ganz, 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 ganz leicht in die Farben rein, weil ich heute jetzt nicht so einen Bäm-Look haben will, weil ist heute einfach nur ein Videodrehtag und nicht ein. Ich gehe raus und mache Partytag oder es ist Weihnachten oder so. Morgen ist erst Silvester und selbst Silvester werde ich ganz entspannt verbringen. Also die Lidschatten lassen sich auch richtig schön aufbauen. Wenn man da halt nur vorsichtig reingeht, kann man das nach und nach immer mehr schichten. Das ist ganz toll. So, jetzt habe ich die entsprechend drauf und jetzt möchte ich ein bisschen heller in die Mitte kommen. Für solche Schimmertöne nehme ich dann gerne immer meinen Finger. Genau, und dann nehme ich dann erstmal die Farbe Successful. Das ist dieser Kupfergold-Schimmerton. So sieht der auf dem Finger aus. Wow. Und den gebe ich mir dann hier an die Seite. Bäm, da ist er. Also sehr, sehr schön cremig. Und dadurch, dass ich das mit dem Finger auftrage, spürst du ja richtig die Textur auf dem Finger. Oh, das ist so angenehm. Ich arbeite so gerne mit meinen Fingern an meinen Augen. Bäm, Nummer zwei ist am Start. So, und in die zweite Hälfte gebe ich mir den Ton Smart. Das ist dieser Ton. Der sieht so aus. Oh, ich liebe sowas. Wow. Mega, oder? Das gefällt mir so gut. Ich mag's leiden. So, und ganz nach außen gebe ich mir jetzt hier aus diesem schönen Pöttchen, was ich unheimlich schön übrigens finde von der Verpackung her auch, die Nummer 520 Meta Light. Ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten auftragen kann. Ich versuche es jetzt wieder mit meinem Lieblingspinsel. Gehe da halt so ein bisschen rein. Oh, wow. Ist direkt am Start. Wow. Okay, das hat enorm Fallout. Presse ich so ganz vorsichtig an, weil, wie ihr seht, das ist natürlich heftig. Hm. Das hat wirklich Fallout. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Das Fallout mache ich mir mal eben schnell weg. Und jetzt nehme ich mir den Pinsel Nummer 9 von BH Cosmetics. Das ist ein Blendepinsel. und blende dann quasi alles ineinander und nach oben und nach unten und überall hin und nehme dafür die Farbe Passionate zum Verblenden. Gehe da vorsichtig rein, klopfe es ab und dann wird verblendet. So, das ist jetzt ein ziemlich dunkler Lidschattenlook. Ist aber nicht schlimm. Das Ganze wird jetzt auch nochmal unter dem Auge in den, ne, in die untere Lidfalte gegeben. Da nehme ich mir zunächst einmal die Farbe Brave. Das ist dieser schöne Aubergine-Ton. Und das presse ich mir einfach hier dran und ziehe den dann ein bisschen nach vorne. Die Farbe Smart setze ich mir in meinen inneren Augenwinkel, um da ein entsprechendes Highlight hinzukriegen. So, und verbinde das Ganze dann hier mit der Farbe Confident. Den braunen Bogen highlighte ich nachher mit meinem Highlighter. Und jetzt ziehe ich mir erstmal einen Eyeliner. Als Eyeliner hatte ich auch einen in einer Zeitschrift drin. Das ist jetzt ein grauer. Da bin ich ganz gespannt, wie der so aussieht. Das ist die Farbe 110 Grey Allure. Und zwar ist das der Royal Liner. Der ist auch noch vollkommen neu und verpackt. So sieht das Schätzchen aus. Ein Filz-Eyeliner. Ich liebe Filz-Eyeliner. Da ist eine Kugel drin, das schüttel ich. So, oh ja. Kommt schon direkt was raus. Also es ist ein dunkles Grau. Finde ich angenehm. Und dann, äh, ja, ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner, ne? Kann man machen. Ähm, sieht aber kacke aus, ja. Oh man, der Eyeliner hat mir so gut gefallen und dann bin ich ein bisschen eskaliert, ne? Ich, äh, mach das mal ein bisschen dezenter, ne? Das finde ich dann doch etwas zu krass. Hat so Spaß gemacht, weil er sich so gut, äh, verteilen ließ und, äh, so malen ließ. Und die Farbe gefällt mir, weil er so dezent ist. Dann hab ich mir gedacht, komm, dezent kann jeder, ne? Ich zieh mal richtig hoch. So ist er dann doch etwas dezenter, ne? Etwas tragbarer. Ja, gefällt mir gut. Also der Eyeliner gefällt mir richtig gut. Die Farbe finde ich schön, dass die mal ein bisschen natürlicher ist. Dass es halt nicht dieses Hart-Schwarze ist. Ähm, der lässt sich richtig schön auftragen. Oh, ist der angenehm. Also das ist wirklich ein sehr angenehmer, präziser Filz-Eyeliner, den ich jedem empfehlen kann. Die gibt's garantiert auch noch in anderen Farben. Schaut mal rein. Wahnsinn. Und, ja, äh, ne? Mir gefällt's richtig gut. So, dann, äh, tusche ich mir mir jetzt mal die Augenbrauen, die Wimpern. Augenbrauen könnte ich jetzt auch machen. Nein. Ähm, da hab ich jetzt meine Gild-Eis-Mascara von Love, die ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt habe. Das ist eine wasserfeste, äh, Fan-Effekt-Mascara. Ja, ne? Hat so ein Gummibürstchen, was leicht nach oben geschwungen ist. Und die ist einfach unfassbar toll. Die hatte ich auch mal in, ich glaub, meiner ersten oder zweiten Glossy-Box drin. Und die ist jetzt schon fast leer. Die hab ich dieses Jahr irgendwann im Juni? Juli? So, den Dreh bekommen. Oh, ich find die so geil. Und das ist eine Mascara, die richtig fest hält. Also die ist wind- und wetterfest, wischfest, weinfest, richtig fest, wirklich. So sieht jetzt der fertige Augenlook aus. Übrigens, der Concealer ist nicht in die Fältchen gekrochen. Richtig toll. Hm. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar mit, äh, Bronzer. Bronzer? Das ist Love Sun Blurring Bronzing Powder. Und das hab ich in der Farbe 010 Sensual Caramel. Und so sieht das aus. Du hast auch so ein Spiegelchen mit dabei. Finde ich richtig toll. Und dann tragen wir den mal auf. Oh, lala. Der Geruch von dem Produkt ist übrigens nicht so geil, muss ich gestehen. Ich find die Optik wunderschön. Den Geruch nicht so. So, ich trage jetzt hier mein heißgeliebtes E auf. Und da bronze ich mir dann quasi meinen Ansatz so ein bisschen. Hier die Wange, das ziehe ich mir so ein bisschen halb Bronze, halb Kontur, weil ich konturiere ja eher selten. Und dann hier unten runter. Und das blende ich dann auch immer so ein bisschen nach unten aus. Um dann so eine kleine Schattierung noch zu schaffen. Also bei mir ist Bronzen so ein Zwischending zwischen Bronze auftragen und Kontur machen. Selbstverständlich dürfen die Ohren nicht wählen und müssen auch mitgemacht werden. Ja, ne? Sehr dezent tatsächlich. Aber ja, so ein bisschen Bronzing ist am Start. Ich mach mal noch ein bisschen mehr. Was soll der Falschgeiz? Was soll der Falschgeiz? So jung kommen wir nicht nochmal zusammen, ne? Dafür, dass ich eigentlich heute natürlichen Look schminken wollte, skaliert es gerade ein bisschen. Es läuft aus dem Ruder. Aber es macht so viel Spaß. Wenn man gute Produkte hat, dann arbeitet man doch so gerne mit denen, ne? Hm. So. Der gefällt mir richtig gut. Und ich finde auch, dass die Farbe passt. Ich find's dezent. Ich mag das nicht, wenn's zu krass ist, wenn ich zu sehr Bronze habe. Ich liebe Bronze. Ich übertreibe auch gerne damit. Aber ich mag es, wenn das ein bisschen halb natürlich aussieht. Eskalieren könnte ich jetzt eventuell mit dem Blush. Das ist das Blushment Blurring Blush. Und das habe ich in der Farbe 10 Be the Game Changer. Und ja. So sieht der aus. Sehr, sehr hell. Ich bin gespannt, wie er sich so macht. Ich hab da auch wieder einen Spiegel drin. Finde ich super. Und wenn ich jetzt nämlich so mein Augen-Make-up sehe, was ein bisschen rötlich ist. Und dann diesen Blush dazu. Ich denke, das wird eine ziemlich geile Kombi. Je nachdem, wie gut er sich jetzt so macht. So. Dann nehme ich von BH Cosmetics die Nummer 1. Es ist ein bisschen abgeschrägter. Gehe da schön rein. Oha. Ich muss vorsichtig sein. Es ist schon direkt sehr pink hier drauf. Ups. Okay. Oh ja. Es ist pink. Also ich meine, die Farbe hier drin ist ja auch pink, ne? Was habe ich erwartet? Ne, aber gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Da sehen die Wangen dann richtig schön frisch aus. Ich ziehe mir das auch immer gerne dann mit in den Bronzer mit rein, dass es so eine kleine Verbindung gibt. Dass es dann halt so eine richtig natürliche, natürlichen Farbverlauf da gibt. Und du nicht einfach hier so einen Balken Blush, einen Balken Bronzer hast und dann hier oben noch den Highlighter. Also ich verblende das immer schön ineinander. Und wenn ich das richtig sehe, hat der Blush auch einen leichten Schimmer. Finde ich aber nicht schlimm. Nachher wird der Highlighter ja eh noch mit reingezogen. Dementsprechend läuft das eh. Der schimmert schon sehr, ne? Huch. Ups. Okay. Naja, trotzdem mag ich den Blush. Mir gefällt es. Es ist wirklich so ein natürlicher Glow und alles wird noch so ein bisschen verstärkt. Und man sieht gesund und natürlich. Natürlich ist relativ, ne? Man sieht gesund aus. So. Jetzt habe ich hier die Love Lights Cool Prismatic Palette. Das ist eine Highlighter Palette. Hallo. Hier hast du drei verschiedene Farben und natürlich hier oben wieder einen Spiegel. Hast eine schöne Verpackung, die so, so, so gummiartig von außen ist. Nicht gummiartig, die ist so matt, ne? Ja, nicht gummiartig, die ist matt. Hier hast du die drei verschiedenen Töne. Da hast du hier ganz außen einen sehr kühlen, blaustichigen Ton. Dann hier hast du einen rosafarbenen Ton. Und hier hast du einen sehr, sehr weißen Ton. Gut, Highlighter Swatchen ist immer so eine Sache, die siehst du nicht wirklich, ne? Das ist sehr schwer. Ja, also ich werde auf jeden Fall den kühlen Ton nehmen. Und als ich mir die Palette gekauft habe, gab es auch diesen Highlighter Pinsel mit dabei, den ich sehr interessant finde. Also normalerweise habe ich ganz andere Highlighter Pinsel. Ja, ne? Und da gehe ich dann hier in dieses fast weiß rein. Und, ja, eskaliere mal ein bisschen. Ich highlighte dann auch direkt jetzt unter meinem Augenbrauenbogen mit. Aber so extrem finde ich diesen Highlighter nicht. Du hast halt trotzdem diesen Übergang zwischen Highlighter, Blush und dann kommt ja unten drunter der Bronzer. Und da der Blush halt ein bisschen schimmert, macht sich das ganz gut zusammen. Also es kommt wirklich drauf an, wie man halt im Licht steht. Deswegen ist es ja auch eine Prismatic-Highlighter-Palette. Mal hast du den extrem Highlighter schlechthin und mal ist es nur ultra dezent und man denkt sich, oh nein, ich muss noch nachlegen, ich muss noch nachlegen. Dann drehst du dein Gesicht um Zentimeter und hast direkt den Boom im Gesicht. Okay, dementsprechend ist es jetzt doch ein bisschen viel geworden mit dem Highlighter. Egal. Bevor ich jetzt weitermache, pudere ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen ab. So, ich habe jetzt ein bisschen was hier auf den Spiegel gegeben, was aussieht, als würde ich gleich ganz andere Sachen damit machen. Geht mir das ein bisschen auf dieses Schwämmchen, klopft das ein bisschen ab und geht dann über mein Gesicht. Vielleicht, vielleicht wird das dann etwas besser. Ne, ich nehme mir meinen Puderpinsel, das geht viel schöner. Da habe ich mehr Freude dran. Ich finde mit dem Ganzen, das ich jetzt so im Gesicht habe, wirkt die Foundation so, als wäre sie perfekt. Also auch vom Ton her sieht sie jetzt viel besser aus, finde ich. Ich weiß nicht, ne? Also, wenn man wirklich jetzt alle Produkte noch in Verbindung sieht, doch. Das gefällt mir. Jetzt wird sie nachhellen oder so, ich weiß es nicht. So, bei den Lippen habe ich jetzt hier diesen Lippenstift. Den hatte ich, glaube ich, in einem Adventskalender. Glossybox Adventskalender müsste es gewesen sein. Das ist Lip Affair Metallic Bronze Sculpting in der Farbe 603. 603. Meine Güte, wo geht meine Stimme hin? Passt jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu den Augen. Und der kommt jetzt auf die Lippen. Joa, sagen wir mal, passt einigermaßen zu den Augen. Es geht, ne? Aber ich mag diesen Metallic-Effekt sehr, sehr gerne. Ich hatte den auch Weihnachten drauf. Ich finde den richtig toll. Der sitzt auch schön auf den Lippen. Also ich finde, das komplette Make-up fühlt sich an, als hätte ich nichts auf der Haut. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, Love, das habt ihr super toll gemacht. Richtig, richtig geil. Daumen nach oben. Gefällt mir richtig gut. Ihr Lieben, was sagt ihr zu dem Look? Gefällt es euch? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ich weiß es nicht. Also mir gefällt es. Ich würde auch so rausgehen. Ich fühle mich so wohl. Und es fühlt sich alles so leicht an. Und so, ich kann mir auch ins Gesicht fassen, ohne Angst zu haben, dass ich jetzt irgendwie mein halbes Gesicht gleich in den Händen halte. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Ja, dann kommen wir mal zur Verlosung. Nichts Großes. Es ist jetzt ja nichts Besonderes. Es ist einfach nur so ein kleines, was ich euch mitgeben möchte. Und zwar möchte ich einmal Love Eye Traction Magnetic Loose Eyeshadow in der Farbe 510 Metal Fusion. Den verlose ich. Das ist in einem von diesen Milchglas-Pöttchen, sage ich mal, so ein Lidschatten. Dann habe ich hier mit drin noch einen Lidschatten. The Glacious Stylo Eyeshadow Long Lasting und zwar in der Farbe 940 Ashes of Rose. Und last but not least habe ich hier einen Love Fetal Muse Liquid Matte Lipstick. Und der ist in der Farbe 770 Extrovert. Diese drei Produkte könnt ihr in diesem Video gewinnen. Schaut einfach unten mal in die Infobox. Da schreibe ich euch rein, was ihr dafür tun müsst. Und ja, wie lange die Verlosung geht. Ihr Lieben, ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch einfach mal hier meinen letzten Upload. Hier unten ein weiteres Video. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.